Zum linken Frontkick, der eigentlich genauso ist wie der rechte, nur dass wir einen kleinen Step vorher nach vorne machen. Wir machen einen kleinen Step nach vorne und ziehen den Frontkick dann von hinten raus. Ihr könnt ihn auch direkt von vorne machen, dann hat er nicht so viel Power. Also wenn es schnell gehen muss, macht ihn direkt von vorne, Knie hoch und nach vorne weg stoten. Knie hoch und weg. Ansonsten macht den Schritt nach vorne einen kleinen, dann habt ihr mehr Kraft. Mehr Power, mehr Schwung. Und immer Balance halten, nicht nach vorne fahren mit der Kickfelle. Halt immer die Balance und bleib stehen. Und das Bein raus und wieder zurückziehen. Ganz wichtig. Dass das Bein, sobald ihr getroffen habt, wieder schnell zurückziehen. Okay? Und dann geht das Bein. Okay? Vielen Dank.